Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video hier auf meinem Kanal. 6. Dezember, Nikolaus, das sechste Türchen am Lego City Adventskalender. Vielleicht ist ja ein Nikolaus hier drin, wir werden es sehen. Nein, oh, ein sein Weihnachtsbaum. Guck mal, ob wir richtig ein Türchen aufhaben. Aber ja, das ist sein Weihnachtsbaum. Schauen wir mal. Ist ja lustig. Hier ist sogar eine Ninjago-Waffe quasi hier so, oder eine Ninja-Waffe. Zwei Stück sogar. Und ein Teil ist mir so runtergefallen, supi. Es könnte auch sein, dass das eh einmal zu viel drin ist, wegen Ersatzteils und so. So, also das brauchen wir für unten. Und dann kommt immer so etwas hier drauf. Ich glaube dann immer mit einmal hier und einmal da. So, und dann, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das sieht man jetzt natürlich nicht. Das werden immer Goldene sein. Ja, was für eine Goldene so viel hat. Genau. Genau, es sind immer Goldene. Ja, die haben auch kein Nies in der Mitte. Genau, Golden. Dann noch mal so eins. Und das obere kriegt dann so ein rotes, weil da ist noch ein Loch drin. Da kann man dann die Waffe reinstecken. So, Goldfarben. Das kommt dann hier rein. Zack, dann noch mal das Ganze. Huch. Da ist eine Waffe, ein goldenes und ein rotes. Und natürlich so ein grünes, schräges hier als Ersatzteil mit drin. Das ist ja cool. Da haben wir immer die Kleinteile. Da gibt es immer als Ersatz. So. Mal hier. Und dann ein letztes Mal. So. Jetzt mit dem roten. Und das hat ein Loch. Und da kann man wunderbar als Stern obendrauf das reinstecken. Und dann haben wir hier die Ersatzzeile, wie erwähnt. Und fertig ist ein kleiner, aber feiner Weihnachtsbaum. Das ist ja eine witzige Idee. Und mein kleiner Weihnachtsbaum hier. Das also am Nikolaustag, am 6. Dezember. Im 6. Türchen des Lego City Adventskalenders. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich über den Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Dann haben wir immer wieder Hinweise auf die anderen beiden Adventskalender-Videos. Lego Harry Potter und Lego Star Wars. Links in der Videobeschreibung. Schaut da gerne auch vorbei. Ansonsten danke fürs Einschalten. Und bis morgen. Macht's gut, Leute. Ciao. Vielen Dank.